Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von Minecraft. So und wir haben heute ein Ziel. Wir wollen euch erstmal unsere tolle Bahn zeigen. Ach Nico, du hast ja hier die Treppe wieder umgebaut. Weil wir ja nicht hoch konnten. Naja. Ja also wir haben... Ah, jetzt bin ich schon wieder zu weit gelaufen. Wir haben in letzter Zeit ziemlich viel verändert. Vor allem das hier. Unsere Bahn. Und los geht's. Juhu. E-P-A-Yay. Schweineboten haben. Und hier habe ich noch ein bisschen was verändert. Also Untergrundbahn hat der Nico gemacht. Die Kurve hier habe ich reingesetzt. Ah. So, äh ja. Scheiß Decke. Ähm. Boah, jetzt habe ich schon wieder meine schweren Spitzhacken vergessen. Naja. Äh, ist mir jetzt gerade egal. Äh, Nico, kann es sein, dass du keine Spitzhacken mehr hast? Äh, kann sein, ja. So, hoch da. Spunny Jumping ohne Seil. Alter, wieso kann dieser doofen Computer nicht rennen? So, jetzt. Um die Kurve. Oh nein, wieder das letzte, wieder diese Scheiße, wie am letzten Mal ich dabei war. Wo ist denn? Dass ich dann in der Tür hängen bleibe. Nein, das brauche ich nicht, du Idiot. Brauen wir aber immer mal. Nie. Äh, Ding. Das ist ein Schaltkreis gewesen. Wo ist ein Schaltkreis? Ein Haken. Ah, Haken. Ja, jetzt mal. Gut gemacht. Entschuldigung, der musste kurz raus. Ähm. Toll. 28. Äh, komm, wir machen wieder mehr Schienen. Okay. Wir haben aber noch 42 Block voll. Ja, und es geht mir jetzt gerade am Sack vorbei. Weißt du, was mich gerade so richtig nervt? Du hast keine Dinger mehr. Was? Eins, zwei. Hm, die langt. Glaube ich, weil die hält ganz schön lange. Nein. Ey, kann man eigentlich Kies-Spitzhacken machen? Oh, schon. Das wäre schön. Zu schön. Oder Erde-Spitzhacken. Ja, das wäre geil. Erde-Spitzhacken. Weiter hat man ja mehr als genug. Da. Ich sehe hier gerade nichts, weil es gerade sehr dunkel ist. So gut, da kommen Zombies. Oh oh. Geflennen. Es könnte sein, dass wir heute gerade nicht mehr so viel reden, weil wir uns konzentrieren müssen auf die Creeper und alles. Hoffentlich rennen jetzt erstmal keine gefickten Creeper rum. Ich will die doch nur killen. Komm, hey, ihr Wichsgesicht. Ja, ich kriege Pulver. Spinner. Komm her, du Scheißgespinner. Ey, übrigens, wir haben oben auf dem anderen Turm... Nicht nur eine Spinne. Da haben wir acht Fäden, gell? Acht Fäden haben wir da oben. Das haben wir gar nicht gesehen. Höh, höh, höh. Schlaf. Der wird halt immer noch sein. Also, mal kurz. Ist hier irgendwas? Wie? Nichts wie ich... Oh, gut. Nichts wie ich... Mami! Oh, brennende Zombies. Hallo! Darf ich auch noch nicht lange... Lange nicht mehr so... Höh, höh, höh. Scheiße, ich verdrück mich immer. Warum brennen die? Weil's Tag ist, du Idiot. Ah, verrecke. Verreck du auch, du Spinne. Oh, Spinnenauge. Du... Verrecke, du Spinne. Verrecke, 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 verrecke. Alter, wie viel Leben haben die? Viel. Geh, kacken, du Scheißspinner. Ey, was ist denn da? Creeper ist immer noch da, gell? Können noch da sein. Überlegen... Überleben in der Männer eigentlich auch am Tag? Ja, glaub schon. Wichsgesicht? Oh, gut. Kein Wichsgesicht. Wichsgesicht, ja, ja. So. Ja, Nico. Unser alter Plan ist aufgegangen. Oh, scheiße, du hast keine Sticks mehr. Äh, ja, 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 jetzt könnte ich wieder eine Angel machen. Hm. Ei mag Angel. Und auch Zombies angeln können. Hihi. Hä, lol. Ich glaube, du könntest Zombies angeln. Das wär geil. Ich hab jetzt Schiss, dass hier irgendwo so ein hässliches Vieh rumbringt. Auf jeden Fall scheiße. Ich will nicht, dass mich irgend so ein Jair wie von hinten angreift. Verdammte Wichser. Ah. Wichsginder. Ja, komm, heute gibt es Menschen zum Essen. Beziehungsweise zum in die Luft sprengen. Alter, wie jetzt gleich kommt ein Creeper von hinten und haut mich in die Luft, denn ich mache das viel so alle. Ich geh die Stille. Wow, um die Kruppe. Guck, das ist wel gut, wenn man da noch mal ein Taktim-Tier reinmachen will. Boom. Um die Kurve, um die Kurve. Naja, wir müssen heute mal ein bisschen lauter sprechen. Als Mal, Nico. Du musst gerade regnen auf. Du musst haben ihn verstanden. Wow. Toll. Wat? Ich hab das gerade verdoppelt. Was war das denn? Und die... 64er Stick Nummer 1. Können wir ja gleich. Können wir ja gleich gehen. Äh, ja. So, Nico pisst sich jetzt mal kurz. Ich bin jetzt gerade alleine. So. Da la. Angelinski. Da ist wieder unsere Angel. Unser geliebtes Stück. Shitin. Puff. So. Da hat Nico ja das shitin. Geh, kacken. Ähm. Shitin. Herdamet. Oh, verrottetes Fleisch. Na, lecker. Ähm. So. Auf jeden Fall. Ich will jetzt erst mal was fressen tun. Hm, lecker. Ähm. Ey. Warte mal. Ey. Warte mal. Nix gemacht. Wenn ich jetzt den Aufdrücke. Iiii. Ähm. Drei. Nein. Äh, egal. Ähm. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, genau. Ich wollte was fressen. Ähm, so. So. Äh, äh, ähm. Wat? 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 Achso. Hey. Gebackene Spendefleisch. Und wer hat dich angegriffen? Nix. Ich hab nur Hunger. Spinninski. Ey, Junge, du bist so schlecht, ey. Ich crafte jetzt erst mal gleich was. Kummer. Ey, kann man eigentlich Spinnenaugen essen? Hm, hm. Soll ich nicht dafür geliehen? Oh, fui teifel. So. Hey, damit. Ey, TF, was ist denn jetzt passiert? Was drück ich denn da immer? Äh. 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 Nein. So. Der Linsky. Brott. Nein. Ein Brot, ein Brot, ein Spinnen-Auge, so, ah ja, Leder, genau, so, wie ging das nochmal? Genau, so. Irgendwie so, ne? Ne, nur das weg. Nein, ich will keine Hose. So? Nein, ich bin Brustpanzer, du Idiot. Wie macht man einen wievielten Brustpanzer? Ah, ich weiß es. So, so, so und so. So, 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 so. Jetzt muss ich das Monster ausschalten, weil ich Angst habe. Alter, was habe ich denn jetzt gemacht? Hey, lol, guck mal. Jolo. Schön Schaub. Ähm, de 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 de. Ähm, Entschuldigung, ich such. Ich versuche jetzt nur mal ganz kurz was. humanitarianism. Ui, auš. Scheisse, bin ich da runtergefallen. Jetzt bin ich da, wo ich nicht gehen wollte. Achso, ich mach jetzt Angelweitwurf. Ah, weißt du was, ich angel jetzt da hinten an deinem See da. Da kriegst du, glaub ich, mehr. Glaub ich auch. So, wo ist euer Angel? Da. Wieder unser schönes altes Hobby, das Angeln. Das bett der Hobby ever. Alter, wenn ich jetzt auf meinem Minecraft-Account Monster anschalten würde, Alter, ich wär so geliefert. Ja, falls jetzt noch keiner weiß, ich mach jetzt bald wahrscheinlich auch Let's Plays. Äh, nur, ich hab halt grad momentan ein kleines Problem. Ich hab's versäumt, ich find mein Haus nicht mehr wieder. Und das ist halt mein kleines Problem. Weil ich nicht mehr weiß, wo. Und mein Freund hat mir geraten, ich soll, ähm, mir einen Kompass craften, weil der zeigt ja immer einen Strich zu seinem Spawn. Wo du, ich glaub, das letzte Mal geschlafen hast. Keine Ahnung. Das letzte Mal gefiegt. Und deswegen bin ich jetzt auf meinem Minecraft-Accounts auf der Suche. Oh, fuck. Ähm, nach Redstone. Was ich leider grad nicht finde. Blob. Und falls ihr's noch nicht wisst, Nico und ich, wir suchen auch momentan nach Redstone. Fuck. Weil ihr habt ja da unsere Schienen gesehen. Und man kann ja auch nicht jeden Berg hochfahren. Dafür braucht man ja Beschleunigungsschienen. Und wie jeder weiß, bestehen die aus Gold und Redstone. Und die holt weder Gold noch Redstone. Also sind wir momentan noch auf der Suche. Ich angle jetzt noch einen Fisch und dann muss ich auch schon wieder Adieu sagen. Denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben für heute noch was vor. Ähm, wir gehen jetzt uns vergnügen. Vielleicht macht ihr das auch ab und zu im Sommer. Ein Eis essen gehen. Ja, und dann kommen wir wieder. Gucken, ob wir noch ein Video raushauen. Ah, okay. Adieu. Falls ihr das hier gesehen habt, das war jetzt. Tschö. Tschö.